Raus und rein, raus und rein, raus und rein. Raus und rein, raus und rein, raus und rein und danach? Danach, äh, müssen wir. Ja. Und jetzt guckt euch mal Bad Girl an, Alter. Was? Es ist uhr die Schnalle, Alter. Ja, was laberst du, Alter. Hey, Joko, was laberst du eigentlich? Ich hab mal den 0815 Bad Girl, Alter. Es ist uhr die Schnalle, Mann. Ja, ich hab die schon gesehen. Die hatten wir schon mal gesehen. Ja, was? Die sieht aus wie... Die, 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 diejenige sieht aus wie bei Left 4 Dead, die Zombie-Frauen. Hatten wir aber schon mal geklärt. Oh, Alter. Wir hatten einen größeren Hals als eine Giraffe, du musst dir das mal angucken. Alter. Warte, warte, du Dämon. Hey, Leute, aah, oh mein Gott. Bitte nicht so diskriminierend werden, ja? Wir, wir urteilen nicht über andere Hopf haben und Aussehen. Das wissen wir doch. Das ist ein anderes Wesen, Digga, da können wir uns urteilen. Hallo. 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 Ich nehm die Klasse Derbe am Rocken. Die Klasse heißt Derbe am Rocken. Die Klasse heißt Derbe am Rocken. Go, 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 go. Go, 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 go. LZB, 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 LZB. Oh, 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 oh. Auf sie mit, Gabriel. LZB, 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 LZB. Gut. 2 bar. Bomben wurde gelegt. Bleibt in Deckung. Den letzten Stun wird tot. Achtung, da leben noch 2. beim 큰UM. Bannanenberndt, du hast ihn gesehen, oder? Der nimmt keinem Flendererpaket aus. Nimm Kull. Wo ist er? LOLL? Bannanenberndt. Den letzten Stun, den letzten Stun. Ich hab keine Stanz mehr und der nimmt nichts auf, hier. Dann tu ihn einsperren. Du musst deine Waffe wechseln, du musst die Waffe wechseln. Er ist tot, er ist oben beim Konrad links gewesen. Oben aufm... aufm... Fass. Fass, genau. Hadekarotten, Konrad. Schöner Versuch, Freddy. Scheißen Dreck, du, sag ich dir. Hätt was schweren können, wa? Hätt was schweren können, wa? Ich würd mich ja jetzt trauen, einfach Cross over the Map rüberzuwerfen. Mach ich einfach mal so. Weil ich's kann. Bumm. Hit Mark. Ne. Weil du's eben nie kannst. Wieder auf B, Leute. Oh, der A-Typ ist einer übelst. Wir sind auf B drauf, da ist einer. Go, go, go. Nubetuber. Da, A-Typ ist einer dauernd. Unterm Hediport, Achtung. Oh, einer ist bei B im Haus drinne noch. Ja, Mann, Alter, das ist... Ich brauche Hilfe. Danke. Pass auf, Steve, links. Ja. Oh, einer wird die Eingangrand. Die Tuben, Alter. Teleport und einer direkt bei B und so. Und wenn du den triffst, ne, dann kriegst du erstmal von mir dicken Eis. Das war knapp. Das war auch knapp. Und das war auch knapp. Hast ihn gesehen. Was ist denn dort los? Oh, Alter. I like Kartoffeln. Noob-Clan. Wir sind kein... Ach, das ist doch kein Noob-Clan. Das sind voll die Pros für die Freaks. Ey, hat er mit A-A gespielt? Der A-A? Ja, mit A-A. Mit A-A? Ja, A-A-12. A-A-A-A-A-A. Wir haben das A-A und das 12, so. Das Clan war, das Clan war. Alter F***er, dein Ernst. Halt doch auf, Alter. Wir haben neulich nichts zu tun, Digga. Und das sind solche Noobs mit dir. Ist doch egal. Was ist da los bei dir? Unten, unten. Ja, geil. Ach, Tuber, ey. Ich find Tuber gar nicht schlecht. Die sind gut. Ja, irgendwie brauchen sie ja auch ihre Kills, ne? Ja. Ja. Mit A-A 12, Alter. So ein Noob. Haben wir easy schreiben? Warte mal. Ist das... Ja, so ein Noob, ey, hier. Ja, ich geh auf einer Schild. Ich geh auf. Hey, cool, hey. Hey, cool, hey. Ich geh auf 3 auf B, 3 auf A. Gib B. Ich geh A. Ich geh mit Freddy. Ich geh in STEM hier. Zu viele. Zu viele. Zu viele. Einer kommt da. Ja. Ist gestunnt. Hast du ihn? Ja. Ich bin bei denen im Spawnhaus drinne. Wow. Ich wollt grad meinen Schild nachladen. Wie geil sind das bitte? Einer noch. Einer noch. Einer noch. Letzter. Letzter. Stunnt. Stunnt ihn. Stunnt ihn. Stunnt ihn. Stunnt ihn zu Tode. Ich kann ihn nicht stunnen, wenn er mit einer A-12 vor mir steht, der Junge. Schieß durch mein Schild. Stunnt ihn zu Tode. Komm. Zu Tode stunnt. Genau. Oh. Ja, ich muss den Enkel machen. Muss immer ein paar Kids machen. Gruppenfoto. Wie geil. Guck mal. Gruppenfoto. Wie geil. Wie geil. Kannacken. Also, kannacken ist kein schlechtes Wort. Das sind einfach nur... Na gut, ich beschreibe es jetzt nicht. Aber es ist eigentlich ein nettes Wort. Das sind halt einfach nur Menschen. Das ist ja übersetzt, ne? Kannacken ist ein Mensch. Also, wenn ihr eurer Lehrerin sagt, Kannacken. Du alte Kannacken. Dann ist das nicht schlimm. Weil... Mensch. Habt ihr das gerade aufgegriffen? Ja, haben wir. Schrei doch nicht so, Lukas. Ganz ruhig. Also, Lukas, schrei mal hier so, bitte. Ich bin nicht tief. Ne, machen wir weiter. Ne, ich mach was auf. Ah, dann nicht. Vicky, bleibt doch mal ruhig. Oh, ey, mau, ey. Wirklich. Mau. Ey, die Leute, die drinnen bleiben, dann einfach nicht so unten mal in Ottens Namen spielen. Sprich halt, eh. Jetzt diesmal unten im Keller lang. Das ist cool. Nur die Haken kommen im Keller. Hier, Wochenmarkt. Da unten. Was? Wie cool ist denn der? Also, ich bin bei denen im Sporn hinten. Cool, ich nicht. Geil. Vom YouTube erschlagen worden. Oh, das ist toll. Geil. Einer, letzter, letzter, letzter. Das ist hier bei sich im Sporn. Last nice, bitte. 360, ähm. Last nice, die Bobmesser. Dantin, los. Dantin. Dantin, ich kann nicht mehr stun. Ich hab nicht mehr. Hab nicht mehr. Boah. Das hätt ich schon längst machen können. Ist ja langweilig. Warum warte ich denn dann ganze Zeit noch? Der hätt ja selbst töten können. Guck mal, ich steh da ganze Zeit. Was war denn das für ein dummer Kack? Das war das nice. Das war... Das war... Ein... Ich wackel mal mit der Maus. Sixty. Das war... Kackstift online war das. Das war mal... Ich weiß nicht, wo ich meine Maus hin bewegen soll. Ich hab nicht rechten. 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 Ihr müsst irgendwo höher gehen. Ah, geil! Wieder von der Tube erwischt! Ja... Das ist geil! Hammer! Cool! Ich seh nix! Ich bin blind! oh jetzt wird es schwer für unseren strobo hier gurkengünder ich glaube wir haben verloren das ist doch nicht mehr schön also ich fand es schön für eine zweite runde okay easy das war skill wie die luce ich gehe zurück zu eurem jungen gemüse